servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ihr kennt ja den pfad der aufgestiegenen heißt es glaube ich das feature oder der pfad des aufstiegs das feature für kiriana was sie ausbauen können und welches das teuerste der vier optionen ist dort könnt ihr mit euren seelenbanden npcs beziehungsweise mobs bekämpfen und dafür belohnungen wie transmog items und so weiter einsacken die sache ist um einzelne neue mobs zu bekommen müsst ihr quests absolvieren und dafür müsst ihr gegenstände herstellen wofür ihr wiederum gegenstände farmen müsst aber wie ich jetzt herausgefunden habe könnt ihr euch die auch ganz einfach kaufen und wie das funktioniert erkläre ich euch im video wenn euch das ganze gefällt lasst ein like und ein abo da und damit legen wir direkt los damit wir uns nicht falsch verstehen was ich meine ihr habt ja hier diesen dactylist der euch quests gibt um neue mobs oder gegner beschwören zu können dafür braucht ihr zum beispiel hier einen aschengefallenen schlüssel und einen seelenspiegel seelenspiegel sind jetzt nicht wirklich schwer herzustellen da die mats in bastion gefühlt überall troppen aber so einen aschengefallenen schlüssel bräuchte ich zwei pelze des champions für und die lassen sich am besten farben bei mobs im ardenwald habe ich aber keine lust drauf wenn ich ehrlich bin heißt in der schlussfolgerung dass wir dann hier im fahrt des aufstiegs die dinger nicht bekämpfen können aber wie ich jetzt gelesen habe kann man einfach zu diesem mob hier gehen der steht links daneben gucken uns das mal an hier auf der karte bei ungefähr 26 35 und wenn ihr dort in diesem gasthaus in den waren stöbert seht ihr dass die die truhe verkauft vorräte für den pfad die kosten 5 medaillen des dienstes medaillons des dienstes die bekommt ihr beispielsweise bei abgesandten quests und die benötigt ihr auch wenn ihr einen kampf starten wollt im pfad des aufstiegs also ein kampf kostet ein medaillon also gebt nicht alles davon aus wenn ihr aber so wie ich lange nichts gespielt habt und euch diese medaillons angehäuft habt dann könnt ihr euch mal so eine truhe kaufen hier oder nehmen wir auch mal zwei mit okay können wir nicht mehr dieser gegenstände tragen aber wenn wir dann draufklicken sehen wir 19 federn 15 pelze des champions 22 verhärtete knochen und 18 nachtgeschmiedeter stahl das heißt für fünf dieser medaillons bekomme ich sachen für die ich sonst wahrscheinlich eine stunde oder länger hätte fahren müssen also das ist richtig richtig gut und ihr könnt euch wenn ihr das ding einmal hatte so viele davon kaufen wie ihr wollt und was eure ressourcen hergeben und das ist halt super super useful und sehr sehr angenehm gerade vor dem hintergrund wenn ihr sagt ihr hättet zwar an sich schon bock auf dieses feature aber diese items grinden da habt ihr jetzt nicht so bock drauf und so ging es mir vor allem und jetzt könnte ich hier hingehen und sagen was brauche ich denn hier schon gefallener schlüssel und den kann ich jetzt herstellen also sogar ziemlich viele davon und wenn ich das dann habe kann ich jetzt bei der guten sagen ich habe die benötigten gegenstände ich bekomme dann die quest abgeschlossen und fertig ist die kiste keine andere möglichkeit und er werft graven corinth in der austrocknung in revendress und raubt ihm seine erinnerung das müsst ihr dann noch machen quasi diese erinnerung dann einsacken hier braucht man brunnen der verjüngung und einen seelenspiegel alles kein problem seelenspiegel zack dann könnt ihr auch noch gleichzeitig diese items die ihr teilweise braucht um einen kampf zu bestehen könnt ihr auch herstellen ihr könnt die verstärkung dieser amulette damit herstellen wodurch ihr mehr ausdauer und so weiter und so fort habt hier kriegt ihr sogar noch mal neue echos wieder zu medaillons zurück also meiner meinung nach ein gelungenes und gutes und wichtiges feature dass es diese möglichkeit gibt sich so die quests zu erledigen beziehungsweise so die items zu ergreitern weil wie gesagt ich persönlich hatte da wenig lust drauf jetzt haben wir alles parat und können ohne probleme die quests abschließen um die mobs beziehungsweise die erinnerung einzusacken und können dann im fahr des aufstiegs gegen die spielen ganz easy und so es werden ja auch je weiter ihr kommt immer wieder neue ausrüstungs gegenstände hergestellt oder verfügbar und ich konnte bisher noch nicht entdecken dass es andere ressourcen dafür geben wird als diese vier und so könnt ihr euch halt echten grundstock davon aufbauen und können euch sicher sein dass ihr eure zeit in die pfade des aufstiegs investieren könnt und nicht in das farmen von mats dafür sehr sehr cool wie ich finde lohnt sich auf jeden fall und wenn ihr genug medaillons übrig habt nutzt das und kauft euch hier die mats spart euch wertvolle zeit ich hoffe ich konnte euch mit diesem video ein bisschen helfen wenn dem so ist haut ein like ein abo rein und lasst die glocke richtig klingeln würde mich sehr freuen und damit bedanke ich mich fürs zusehen ich wünsche euch noch ein wunderschönes wochenende bis dahin bleibt gesund und reingehauen bis zum nächsten Mal